Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Start ist so behindert, sollen sie ändern Jetzt beschwert er sich über den Start Ich hasse dein blödes Herz Nee, guck, sehe ich gar nicht an Den Schuss Hat er nicht gemacht Wäre das nicht besser, wenn man einfach die Ballansicht weg macht? Ich glaube, die ist nämlich besser Ja, die ist besser Besser spielen eigentlich Ich glaube, wir sind mit der Ballisch Ich glaube, wir sind mit der Ballisch Geht mir nicht Mittlerweile ist es echt auf einem Level angekommen, wo ich sagen kann Das sagst du, bevor ich mein Eigentor geschossen habe? Ja, ich wollte gerade sagen Das Eigentor ist aber nicht so ganz danach entsprechend Das war jetzt richtig knapp Ich hätte schon mein Eigentor geschossen, das war so knapp Boah, du Boah, du Boah, du Das ist guter Der mich hat für sich sogar schwieriger So, da ist er Das war knapp Das war knapp, was hast du versucht? Keine Ahnung, da kommt es nahe Ja, war extrem knapp Okay Okay, aber mein Gott Ich komme mir nicht ganz klar mit dem Ball Ganz klar mit dem Ball, also kommst du nicht? Ich meine, ich will den Ball lupfen Das ist gut Dann muss er nur flach aus Das ist auch schlecht Ja, kann ich nicht machen Oh, ich hatte noch Boost Ich habe mich auch schon eingesammelt Ja, oder habe ich auch schon eingesammelt? Na ja, komm Ich muss doch auch jemand gewinnen lassen Hier ist jetzt 5 Tage lang So Da Da macht er nichts Da wird doch schon geskippt Ja, das ist nichts besonderes Es wäre gegen dich ein Tor zu schießen Ich hätte gerne eine Statistik Wie viele Tore ich allein gegen dich geschossen habe Schon Wahrscheinlich jetzt mehr als gegen Bots Glaube ich nicht 50 Tore gegen Bots Und gegen mich keine 50 Doch Ich Okay, okay Einfach drauf gucken Dass der Martin Kein Tor Einfach drauf gucken Dass der Martin kein Tor Und dann war er schon drin Ey Ich hätte kein Prozess Ich hätte gar nicht mehr Okay Den Seelfen ist eigentlich jetzt Weißkalt Ja, wahrscheinlich schon wieder Glaubst du ja nicht Ja, wahrscheinlich Ja Ja, jetzt Aber Jetzt Ich hätte das Ja, schon mal Ja Wie du Martin bist Eine Schlange Ja, du bist Wie lange erwartet Was Wie lange erwartet Du ist Dann Es war nicht zu spät wie in der Scheiss am Aufnahgefahren. Oh du Arsch ey. Ich hab das nicht gewusst. Das war alles dein Plan. Ah wie geil. Ok ok. Nein. Finger weg. Schmeiner. Nein. Oh shit. Ok ok. Easy. Ja komm ich bin doch hoch. Ey krieg ich noch die letzten zwölf Sekunden? Ja krieg ich noch. Es reicht nicht. Ja komm aber die letzten fünf Sekunden krieg ich keine Ahnung. Ja das bin zwei Sekunden. Ok ok ok. Easy. Ok ok. Ja pack ich nicht mehr. Jetzt kriegen wir zehn Punkte. Blau gewinnt. Lackierung matt. Oh ja. Lackierung metall. User left your channel. Ja.